Und noch einmal, Alter. Du bist der Luther King. Ja, Alter, sein Schwanzerl, Alter. Zwei von jedem Schwanzerl schon, hast du? Von anderen Sands habe ich abgeschliffen. Schön. Ja, du, man muss schauen, wo man bleibt. So, binarisch mal ist das jetzt so. So, ich könnte mir eigentlich, wenn ich schlau bin, die Kotzen holen, weil die sind da drüben. Dann bin ich auch besser unterwegs. Dann ist leichter. Dann werde ich mir den anderen gleich markieren, weil der scheint eh schon schlecht drauf zu sein. Dann mache ich den fertig. Dann habe ich immerhin vielleicht von dem ein Material und dann schauen wir mal, wo es das so bringt. Mhm. Hallo? Wer geht von euch da mit? Der Darsteller. Sehr gut. Eieiei. Ah, das sind diese Dingskotzen. Passt. Die Schlager. Vorher wird doch ja auch der Däpper gewinnen. No. Ja, schon daneben. Schlein nicht. Schlein nicht. Schlein nicht. Schlein nicht. Schlein nicht. Schlein nicht. Ja. Ja, da gehen wir hin. Schlein nicht. Schlein nicht. Schütze. Schlein nicht. Schlein nicht. Schlein nicht. Schlein nicht. Ah, clothiert man. Wenn ich nicht immer schreie, dann wird es viel leichter. Dürfe ich das Kaltgetränk einfach nur einmal trinken, damit es passt? Trinken wir das hin? Super! Super! Sehr lieb von dir! Ja, sie ist toll! Uwe! Nicht ins... Er geht schon wieder, aber er kriegt schön von mir! Was fällt da heute lang aus? Ein Schuss, was wäre... Was machen wir jetzt? Wenn ich immer schweig kriege, das ist ja... Alter, was ist denn da jetzt aufgetaucht? Ist das schon wieder so ein Ratian oder was? Keine Ahnung... Ratalos, Alter! Azurna Ratalos! Ja, grüß Gott, ne? Super! Jetzt kämpfen die zwei da gegeneinander, hoffentlich! Der bringt eh um wahrscheinlich, oder? Ja, Alter! Der taugt da auch... Ich finde die letzten Teile nicht von deinem Ratalos, oder was du denn finden musst. Da ist eine Fichte, ne? Ja, denn er ist eine Gigante, ne? Genau! Boah! Ja, gib ihm, Alter, dann brauche ich ihn nicht mehr! Oder kann ich da ausgehen und da wieder eingehen, sollte es mit, glaubst du? Ich verstehe... Ich verstehe... Ja, Alter, warum? Los mit mir, oder? Hm... Boah! Geh weg! Huh! Schön! Jetzt geht er schlafen, der andere. Geh, der andere, das wäre ja lieber, wenn der andere einfach abhaben würde. Ich würde vorspuren. Alter, ich hab dir gar nichts getan! Jawohl, ich hab's gefunden. Ja! Warum war der Nährgigante hier? Nährgigante? Das ist doch ein Schwurzuer! Also bei 8 in der Mitte hab ich was gefunden, da. 8 linke Seite. Boah, Alter! Ja, ich suche nicht einmal nach, Alter, gescheit! Ich bin nur da am Ausweichen und Kämpfen. Ich weiß ja nicht, Alter, wenn der andere mal da abzieht. Ich kann jetzt auch nach Astrea zurückkehren, statt von mir. Boah, die Games ist der Holger! Ich glaub, jetzt geht das, der Hahn ja drüber. Ich geh ja vorspüge. Also, der hat der Explosionsfähigkeit. Was ist denn jetzt der los? Jetzt ist... Oh, Alter, der andere ist oder dort, Alter? Was ist denn da los? Oh, Alter! Ich hab' mir leidig! Oh, weh! Jetzt haben wir zu viel Fücher! Ich schwein' jetzt hin, Alter! Ich schwein' jetzt hin, Alter! Ja, du passt da nicht rein, mich schnappern! Du Scheißvogel, du! Weißt du das jetzt? Geil, Leute! Er hat mich aufgeteckt! Mal los! Wir haben einfach looten jetzt! Und hau's auf! Ehrlich! Ja! Braucht's, ne? Sehr schön! Schauen wir mal, was er mir bringt! Schauen wir mal, was er mir bringt! Sorgen! Ja! Der hat sich ja nur scheißig! Aber immerhin! Drei mal schuppern! Super! Oben! Oben tun wir zu viel! Der ist nicht einmal so schwer! Der ist anscheinend der leichtere von den anderen! Da taucht der Ratterlos auf, oder? Er hat sich ja nicht nur die Latterlosung sterben! Jetzt ist er nicht selbst zu weit entziehen! Er ist nicht sehr schwer! Er ist nicht selbst zu weit! Sagen wir es schwer! Die Gräser mit dem anderen, oder? Das ist ja ein Explosions-Element gerade. Der Brennt. Da hat er Platz. Und dann! Tja! Gut. Du, nachher, zuhle. Wo ist denn der Eilig? Wo ist denn der Eilig? Wo ist denn der Eilig? Ich bin zuhle, wenn ich mal was bin. Wenn ich mal was bin, dann bin ich. Halt! Du bist ein Held, ne? Wieder weg! Ja, das ist wirklich der Scheißvieh. Der ist beim Lader! Das Bier führt, beim Lader... Da soll ich die Teile proben, muss ich eh hinfertig, oder? Der Muster beim Lader haben... Drei Teile hat er gleich fallen lassen. Schlecht gespielt. Das war schlecht. Das war ein schlechtes Termin. Kann man die Fischern oder? Sauerinteressierte, komische Flugfliege. Ja, der ist schon sehr wichtig. Jetzt ist er so drüben. Seid ich, ich brauche... Da, Lesbe. Von da los. Wo ist er denn jetzt hin? Das war ein kaltes Getränk, ne? Schwupp, Theo. Hier. Da ist er. Da ist er. Ohpala. Da muss er weg. Oh, ey. Ich bin da. Ja. Wenn er die Eiddexen geht eigentlich, gell? Ja, ne. Wirklich. Ne, okay. Wirklich. Wirklich. Superklar. Da in der Hand kann ich da sein. Nein. Ich hab die Eide ausgerufen. Ich hab mir die Eide eingesch� 돼요. So! Was ist da alles? Kälteeffekte haben komplett nachgelassen. Nitro Pilz. Jetzt haut er ab. Wird er liegen wahrscheinlich. Wo ist er jetzt? Hä? Verschwung. Hä? Alter, was ist denn da für ein... ...geheimer Platz, Alter? Ich weiß, mein Viech ist verschwunden. Stopcard. Alter, da ist die volle Mucke. Aber es ist da niemand. Da trommeln, sonst spüren es. Ist keiner da? Ah. So, dann geht es da weiter. Ich muss ja mal alle Viecher finden. Die werden nicht einmal noch alle gefunden. Ja, bei 8 ist einer auf der linken Seite. Ein 3er. Das war ich schon da. Bei 10. Bei 10. Äh... Ich muss ja mal die Monster finden. Und das einmal, ja. Ah, wie haben wir die Wespen gestochen. Und der Mucke schaut mir rein, dass ich wieder... da bin. So. Sollen wir da auch wieder kommen? Für Platz, oder? Ja, das Viech hat alles abgeholt, ne? Das gibt's halt mehr. Da kann man wieder ein Lager machen. Okay. Okay. Später ein Lager. So, das wird es nicht mehr. So. Die sind für mich. Die Papageien, Eiksen, das haben wir nicht ohne. Jetzt ist er noch höher auf. Okay. Okay. Ockili dockili. Mhm. Die Perilablagerung, wo es gut scheint. So. Oh wey, der Dings ist schon wieder da, der komische Vogel. Ich glaube, der kommt immer, wenn du den lang brauchst, gell? Ja. Was? Du meinst der... Raterlos, oder was? Nein, nein, der Raterlos, der schaut aus wie den Koprokopf hat, ne? Ja. Der, was du uns da in Kristall... Nein. Porallinsel tut da. Ach so der? Ja, ja, ja. Oh, ach so. Wer fliegt da bei mir schon fleißig herum, da? Na, der war's. Der will halt mit spielen. Ja, da schwimmt der, der andere. Ah, so war ich schon mal. Da springen wir da runter. Ja, super. Also zwischen 10 und 11 tut dieser Knochen. Fertig. Und bei 8 und der Mitte. Nach links. Aber es ist ein Deutscher. Er hat mir eine mitgegeben. Ich glaube, die habe ich den Punkt. Die waren nicht da hinten, ne? Die waren nicht da hinten. Und oben beim Anfang bist du recht und rechts da vergessen, oder? So. Kleine Spuren. Oh, ich glaube, eh, wir kommen da rein. Wir kommen da rein, oder? Da. Da. Come on, bro. Okay, vom Kopf ist er gepanzert. Nein. Oh, der ist ein weg. Da neck doch. Oh, torkig, kommt wieder da. Fack sie ja. Alter! Schieß doch hier, sie batzelt. Da ist er ja nicht da. Hier ein Soldo. Ja, der würde mich nicht mehr haben, oder hätte er als die andere? Nein. Die gebrochene Teile hat er, als ob er nicht so war. Ah, weh, onwichtig. Ui jee. Hat der Bamba leer gehad. Ah, da ist wieder so ein Ding. Er flüchtet. Er hat die Hose voll. Mhm. Er haut schon wieder ab. Gott sei Dank. Ich war sehr elendig verreckt, oder? Ich weiß nicht so. Schaut's mir jetzt an, die kotzen Viecher. Oder um die schon zu heiß zu sein. Mhm. Da werde ich mal ein... ...kartgetränk einschießen. So, ist alles in Ordnung. Nee. Wenn ich fischen könnte aber. War was zu beruhigen. Ratterlos, alte Fußspur. Mhm. Und da auch. Und da hinten auch. Alles mitnehmen. Ah, der kommt jetzt daher gleich. Da ist er. Bist du schon wieder bei mir? Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Oh, was weiß ich da denn was. Alles. Das ist nicht gut. Wenn ich fuhr bin, da muss ich ja ordentlich an, mein Sackerel. Wirkte verwalten. Was ist jetzt? Oder mitten im Kampf ist so eine Sequenz. Aber jetzt kommt wer aus der Lava. Das ist ja ein deppeter Fisch. Ja greifen wir auch oder was ist mit dir? Guck. Lava Siot. Ja. Nacht ist aber zu früh. Zu früh rein geholt dieses Fisch. Da ist er. Hier Fischi 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 Fischi. Hier Fischi Fischi. Da ist er. Geh weg. Was ist da? Jetzt kommen auf einmal andere Viecher daher. Ja. Hoppala. Ich bin jetzt umgetut. Gas dort rum. Noch Gas. Methan. Jetzt haben sie mich voll versaut, das scheiß Fischi. Da kriegt er den Rata raus gehämpft. Das ist der. Weil der depperte Fisch dabei herkommt. Und das ist ja Sautepat. Ich kann über die Lava ja nicht rüber laufen oder? Ja. Wo? 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 Große Fischi. Zushii. Komm schon. Ja. Ja. Für die hat sie so wenig. Oh, und verwest der Katar. Gebrochene Teile vom Rasel Grausse. Okay. Hat er gerade gefeiter gegen irgendwen? Mal schauen. Da ist ein Fischi. Wo ist er? Hallo Fisch? Na. Das war das falsche. Weiter. Eure. Aha. Ja. Eure. Wo ist denn der nicht banzert? Der ist zack. Wahrscheinlich bei den Viers. Und da ist es so. Und da ist so mehr so mehr nix bei dir. Fusser. Und da ist noch ein Fisch. Ich glaub ich hab alles leer gefischt. Und da ist noch was. Fischen. Oh. Und da ist noch was. Fischen. Fischen. Ja. Hör der auf einmal wieder. Und da ist noch ein Fischi. Und da ist noch ein Fischi. Und da ist noch ein Fischi. 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 Ja geh weg vor mir Evianarisch. Alter ich kann nicht vorbei holen weil das Fisch vor mir steht. Alter. Ich will ausweichen und es steht vor. Das ist ja. Ah. Ich hab das leer gefischt. Fischi. 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 Ja gehts ihr jetzt auch auf mich. Fischi. Schöne einlogern. Gehen wir weiter. Wo fliegt hier wer? Beden wir? Keine Ahnung. Huiiiii. Was haben wir denn da in der Nähe? Was ist denn da? Da ist er wieder... Nein, das ist ja nicht noch eine andere. Ist er schon verschwunden oder was? Der ist jetzt dort hinten? Wie ist denn mit zwei Viechern da? Ah, der läuft weg. Schön. Dann flüchte du einmal. Der ist einfach da frisch. Was ist denn alles? Ich sag dir was, da geht was los. Kann doch mal was. Ja. Es läuft, Alter. Brutaler Knochen, ne? Halt der Fußspur. Halt der Fußspur. Okay. Naja, dann lebt er halt auch Seedreck. Ach, gerade kommt der Abra. Käfer. Ja, man fängt seine Spur noch weg. Mhm. Ja, ich steig auf. Halt der Fußspur. Ja, da ist er wieder. Da hat er sich versteckt von mir. Das war ja. Ja, passtaka. Und bitte, Ey, wenn Dir mal Between itatua, nivel nicht gewissermaßen montiert wird, und Dir bilst影片 Schraube Hier machst du schon. So. Na ja, dann fähigst du eigentlich wieder auf das. Jetzt müssen wir in die Nährstoffe mal einig klatschen, sonst überlebt das nicht ganz. Da ist er. Da ist er. So. Ah. Dann müssen wir abdrehen nochmal das Schmerz abdrehen. Muss das sein. Oh yeah. Oh, da war's nice. Ich bin dummisch. Aber er ist gefangen. So gut. Ich bin dummisch. So gut. So gut. So gut. So gut. So gut. Wer bringt das da? Getrennt, getrennt. Naja, Fischer letztlichst einmal, ha? Alte Furche habe ich gefunden, irgendwo. Wo ist denn da Furche?